Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Terraria, natürlich wieder mit der Tami. Hallöchen! Und einer, der am Start sein muss, der Fabio. Hase! Was? Wo? So, ihr seid ja noch nicht mal da. So, doch, der Fabio ist schon da und das erste, was ich jetzt mal mache, ist ins grüne Team zu gehen. Ja, was ist beim letzten Mal passiert? Ich bin gestorben. Ha, ha, Opfer. Und Fabio wird gerade leiser. Keine Ahnung, warum. Jetzt bist du wieder lauter. Du musst einfach mal das Mikro aus dem Arsch ziehen und dir vor den Mund hin halten, das hilft ungemein. Im Arsch hat es aber mehr Platz. So genau wollten wir es jetzt nicht wissen. Na gut, was steht heute auf unserer Agenda? Tami, erzähl doch mal. Was steht auf der Agenda? Ich glaube, du wolltest die Wohnräume erweitern. Ähm, naja, ich glaube, bis jetzt haben wir eigentlich noch genug. Ähm, was aber mal... Ich dachte nur. Ja, okay, also das steht Sekunde auf der Agenda. Primär auf der Agenda hätte ich jetzt einfach mal gesagt, steht, dass ich endlich mal ein Life Crystal bekomme, weil ihr habt ja beide schon 120 AP. Also, Leute, ich möchte von euch wissen, wo nehmen wir jetzt den Life Crystal her? Aus der Tiefe. Na gut, dann gehen wir in die Tiefe. Gehen wir dahin, wo wir letztes Mal waren, weil da waren wir eh noch nicht ganz fertig. Hallo, Häschen. Warte, 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 ich hab einen für dich. Wie, du hast einen für mich? Fang, da ist er. Hier. Hast du einen Arsch, echt. Ich weiß, ich kann nichts dafür. Hallo, Hase. Hä? Jetzt hat sich der Hase weggeglitscht. Warte mal ganz kurz, ich sehe da unten einen Eisen. Dann habe ich gerade gekillt. Du hast den Hase nicht gekillt, bei mir hat er sich weggeglitscht. War einfach weg. Oh, gut. Dann habe ich ihn doch nicht getroffen, war gut. Ähm, scheiße. Egal. Das mache ich. Ja, jetzt habe ich hier ein hässliches Loch hinterlassen im Boden. Das mache ich später. Wieder ganz. Ah, meine Bäume wachsen schon. Übrigens, Leute, wenn diese Bäume so aussehen wie der hier gerade, dann, ähm, einer von euch ist übrigens noch nicht in Team Green. Wenn die Bäume so aussehen wie der hier, dann wachsen die noch weiter. Also erst wenn die eine Baumkrone haben, sind sie ausgewachsen. So, das wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben. Waren wir hier drin? Ja, wir waren hier drin. Soweit ich weiß. Oh ja. So, hui. Au. Den habe ich gar nicht gesehen, den Schleim. Er war durch das Gras so gut getarnt. Oh Gott. What the fuck? Es ist corrupted hier. Das ist deine pinke Dingens. Ah, okay. Jetzt dachte ich, das wäre corrupted. Wenn du dich erinnerst. Ja, das sah jetzt erst so corrupted aus. Ich dachte, dass die, dass die pinke Fackel das Land dann corrupted macht. Corruption haben wir übrigens noch gar nicht gefunden, ne? Wird schon gut sein. Aber jetzt sieht die pinke Fackel bei mir im Lichtverhältnis ganz anders aus. Ja, beim letzten Mal habe ich gemerkt, immer wenn ich F9 gedrückt habe, dann haben sich nämlich die Lichtverhältnisse von Terraria verändert. Ja. Und das war nicht so toll. Deswegen ist das jetzt besser. Deswegen habe ich auch vorher im Menü gestartet. Also es hat alles schon so seine taktischen Hintergründe, dass ich das mache. Ähm, ja. Au. Ich habe jetzt deutlich mehr Defense, merke ich. Also das letzte Mal habe ich schon mehr von diesem roten Schleim an... Hier oben, ne, ich bin weiter oben gestorben, genau. Wir mussten ja eh deinen Grabstein finden. Ja, ja, den Grabstein haben wir schon gefunden. Da waren wir schon vorbei. So. Boah, komm her. Jetzt wartet doch mal jetzt, weil... Nicht so voreilig, wenn ich bitten darf. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Da lang, ne? Fabio, da unten ist dein Freund. Ich behalte irgendwo mein Bild in der Hand. Ja. Ich bin übrigens der Einzige von uns, der mittlerweile schon dadurch, dass ich... ähm, dass ich keinen Life-Crystal besetzt gefunden habe, wurde ich einfach mal damit befriedigt, dass ich schon eine goldene Pickaxe bekommen habe. Jetzt hör doch mal mit deinem Life-Crystal auf, Puff. Wieso? Wie viele Marken? Ich wusste, als wäre es das Wichtigste auf der Welt. Ähm, ist es zumindest das... Ja, es ist eigentlich das Wichtigste, dass man hier mehr Leben hat, weil ansonsten wird man schon... Wer frisst denn hier schon wieder Zeug? Ich wollte hier eine Fackel aufhängen, aber der Pilz war da neben. Hier wird man so schnell von diesen blöden Boulders gekillt, also von diesen Steinfallen, wo dieser Fels dann runterkommt. Ah ja, genau, das war das Pilzbium, glaube ich, das ich da gefunden habe, dieses Untergrund-Pilz-Zeugs hier. So, Fabio bekämpft schwarzen Schleim, ich helfe ihm mal und klaue ihm damit gleich mal Gel und Coin. Ah, seht mal. Ah, diese Pilze wachsen jetzt nach, das ist ja geil. Die habe ich eigentlich beim letzten Mal alle veraxtet. Cool. Also es ist anscheinend... Oh, jetzt habe ich mir so einen Glowing Mushroom geklaut. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Also diese Untergrund-Biome mit diesen Pilzen sind immer cool, weil hier... Also kurz zur Erklärung, auf diesem blauen Boden hier, da wachsen diese Pilze immer nach und die kann man sich eben einsammeln. Damit man diese Lesser-Healing-Potions kann man dann zu ordentlichen Healing-Potions aufwerten. Wie viel Mutterschleim ist denn da unten? Und die Förder setzt sich dazu. Uh! Warte mal. Ah! Ja, das war jetzt wirklich hier grandios. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal hier so ganz dezent, baue ich mich jetzt mal so durch. Sagen wir mal, wo ist denn die Fledermaus? Ah, da ist sie. Ah, ich komme von hinten. Au! Oh, okay. Das ist nicht so gut jetzt. Ah! Oh! Ah! What the fuck? Wie viel jetzt gerade los war? Wir hatten das alles bestellt, Leute. Kommt schon. Ähm, ja. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht viel, ne? Wir sind... Das ist eine Säule. Wir sind... Ja, ja. Die habe ich beim letzten Mal nicht mitgenommen. So, komm her mal. Fabios schwuler Freund. Und genau, hier habe ich beim letzten Mal aufgehört. Weiter rechts geht es noch weiter, soweit ich weiß. Oh Gott. Habe ich jetzt gerade gesagt, es geht noch weiter, weiter. Au! Nein. Okay, gut. So schon richtig gesagt. Habe ich richtig gesagt. Aber die oben da oben... Oh, da ist ein Hermes-Boot-Dingensen. Und der Fabio steht auf Eisen. Ja, das ist kein... Das sind keine Boots zum Mitnehmen, aber... Oh, da oben. Jetzt dachte ich, ich hätte da Volt gesagt. Vorsicht! Hä? Das bist du. Ja, das war bei mir. Du wirst schon angegriffen, keine Angst. Und wir helfen dir nicht, mohaha, weil wir scheiße sind. Ich habe es eh schon geschafft. Ohne euch. Mohaha. Äh, ja. Ähm... Ja, ich weiß gar nicht, ähm, was diese Statuen eigentlich genau bringen. Einer von euch könnte doch mal da sich im Wiki eigentlich schlau machen für mich hier. Ich bin ja so unwissend. Leider Gottes. Du kannst nicht selber nachschauen. Nein, ich kann jetzt gerade nicht selber nachschauen. Ich hole jetzt sicher nicht während der Aufnahme meinen Laptop her und mache das. Was ist denn eigentlich für scheiße? Was ist denn dieser Silt-Block hier? Fällt der jetzt eigentlich runter, wenn man den... Nein. Oh ja, der fällt runter. Entschuldigung, Fabio. Komm, also diese kleine Fledermaus hier ist jetzt wohl nicht das Problem, oder? So, ich würde jetzt ganz gerne mal bitte eine Live-Costle tinten. Oh, es bringt nichts, wenn du dir das wünschst. Da kommt er nicht. Ja. Doppelt hält besser, Fabio. Oh, eine Bombe war da drin. Cool. Ich finde Fabios Helm so geil. Er sieht aus wie so eine, ähm, wie so eine preußische Pickelhaube. Pass auf, hier könnte irgendwo eine Falle sein. Da ist Kupfer, da oben. Und Eisen ist da auch daneben. Ja. Aber passt hier echt auf, weil hier könnten wieder diese Trittfallen sein. Und ich weiß jetzt schon wieder, ich sage, passt auf und tritt dann selber rein. Und dann macht es Platsch und dann steht wieder dort die West Lane. Ach, du machst schon. Okay. Ich werde währenddessen hier noch ein bisschen weiter erkunden, während ich auch gleichzeitig immer unter... Okay. Ähm, ich habe relativ wenig Baumaterial, merke ich gerade. Das gibt's doch jetzt nicht. Boah, jetzt hätte ich fast deine Sachen aufgenommen. Ja, wart ganz kurz, ich komme gleich wieder. Jetzt bin ich gespannt, ob Tag... Aha, das zweite Mal. Wie ist das angehört hat? Ich hasse dieses Spiel. Das stimmt nicht. Du wurdest gerade dreckig ausgeschissen. Hier liegt übrigens noch dein Glowstick. Oh, ich habe ihn mitgenommen. Cool. Na ja, damit bin ich gestorben. Wunderbar. Wie ich es eigentlich prophezeit hatte, ich sage wieder, passt auf und ich tritt wieder selber in so eine Falle. Aber wer rechnet denn auch damit, dass diese schwule Kacke mittlerweile jetzt auch unter Wasser schon ist? Das wird ja von Mal zu Mal, wird das ja eigentlich gemeiner. Extra nur für dich. Naja, ich weiß schon, das Spiel, das macht das mit Absicht. Wenn ich sterbe, verbiss dich, Zombie. Ich bin jetzt gerade auch unbewaffnet. Ich habe jetzt wieder all mein Zeug verkauft. Aber wie gesagt, wenn man sich hier einen Softcore-Charakter erstellt, dann macht ja das Let's Play keinen Spaß. Nein, jetzt bin ich hier runtergefallen. Fuck, mir fällt gerade so ein, wenn ich jetzt irgendwo nicht weiterkomme, dann habe ich meine Pickaxe verkauft. Scheiße. Dann nimmt man halt Dreck oder sowas mit. Ja, wie denn? Ich habe nichts gerade dabei und ich bin auf dem Weg zu euch. Kann mir vielleicht einer von euch entgegenkommen und mir helfen? Nö. Dann könnt ihr mir vielleicht beide entgegen... Au, das hat weh getan. Bist doch fast da. Ja, super, aber ich weiß genau, ich muss wieder über irgendein Hindernis drüber, wo man so durch normales Springen nicht drüber kommt. Naja, jetzt versuche ich einfach mal. Ich bin ja der Super Mario-Champ hier. Ich habe früher... Was bist du? Ja, ja, da gab es es doch früher für Game Boy, für den ganz... Ja, ja, ich weiß nicht. Vorhin bin ich doch hier hochgekommen, geht doch. Genau, für den ganz ersten Game Boy, für den schwarz-weißen, gab es doch Super Mario Land und Donkey Kong Mario. Ja, ja. Ja, ja. Und dieses Spiel habe ich rauf und runter gespielt. Ich habe Super Mario Land, glaube ich. Also bis ich es mal durchspielen konnte, musste ich ein bisschen älter werden. Äh, Tami, geh mal ein bisschen zurück, wo du gegangen bist. Da oben ist Kupfer, glaube ich. Fuck. Zwei Blöcke oder so. Ah, da, ja. Mir hängt ein Scheiß-Wurm am Arsch. Hier auch. Hä? Oh. Jesus! Äh, Leute, es wäre echt freundlich von euch, wenn ihr mir... Ja! Gegenkommen! Ah! Nein! Scheiße! Jetzt behalte ich aber meinen Scheiß! Mann, ey! Kotzen! Ich sammel mal deinen Scheiß ein. Ne, sammel meinen Scheiß bitte nicht ein, weil ansonsten verliert ihr schon. Hat doch schon. Ach, Mann. Ich hab extra gesagt, sammel meinen Scheiß nicht ein! Okay, ich kann's gut auseinanderhalten. Könnt ihr nicht irgendwie zusammen? Aua! Ah, warte, den Pilz nehme ich mit. Ah, hier ist er... Aber ich habe einen Stern gefunden. Toll, da ist ein Zombie, den ich jetzt... ...mit diesem schwulen Copper-Shortsort hier umbringen darf. Mann! Ah, nein! Nein! Ich sterbe! Mann, ey, ich mach dem zwei Damage mit einem Stich. Das sieht so gay aus. Und da kommt der nächste... Oh, von hinten kommt noch ein Zombie. Oh, Leute. Huah! So, jetzt hab ich... Oh! Ich bin der Master. Oh, Scheiße, jetzt bin ich in ein Loch reingefallen, das ich nicht gesehen habe. Nein! Zombies, verwisst euch! Ich hab euch doch nichts getan. Ihr seid alle cool. Wah, Zombie! Ah, nein, Zombie! Nein, Zombie! Nein! Nein! Oh, Lulululululul. Ich will schnell so einen Maschrum hier fressen. Oh, sie schauen gerade in eine andere Richtung. Ah, 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 ah. Uh, uh. Okay. So, mein Spiel. Ganz ruhig. Tief durchatmen. Aber alle guten Dinge sind drei. Jetzt bin ich dreimal gestorben und jetzt sterbe ich halt einfach nicht mehr. Nee, Spaß. Ich bin dabei gestorben. Ja, ich sag, ich hab gesagt, ich bin jetzt das dritte Mal gestorben und jetzt sterbe ich einfach nicht mehr. Bist du auch gar nicht? Doch, ich bin jetzt das dritte Mal gestorben in dem Let's Play. Echt? Achso, ein Let's Play, ich dachte jetzt grad. Nee, nee. Aber jetzt hab ich mir meine Pickaxe mitgenommen. Und den ganzen Kack behalten, den ich da am Anfang... Mann, wie ich da erst grad abgestürzt bin. So. So. Das soll ich mal, später mal gucken, was an deinem Grabstein steht. Ja, was slain by Boulder. Oder irgendwie sowas, oder... ...his entire was crushed, oder... ...skull was crushed, oder... Ah, bisschen länger, der Satz. Ja. Da hab ich was... Da ist ein Piranha gespawnt! Stirb! Ah, endlich. Hey, das ist ja echt nicht mehr feierlich. Kann mir vielleicht bitte jemand entgegenkommen? Hier sind zwei... Hier ist zweimal Mother Slime. Okay. Ah, ich entkomme! Boah, es verfolgt mich. Ah, ich hör euch. Das gibt's doch jetzt nicht! Ich... Ich... Ich bin doch da über... Ich hab doch dieses... Ist doch zum Kotzen, ist doch...